Herzlich willkommen bei Scanner2go. Ich will euch eben zwei Schnitte zeigen, die sehr praktisch sind, wenn man Punktwolken bearbeiten will. Der erste Schnitt ist ein horizontaler Schnitt, den man am besten im BIM-Bereich ausführt. Hier unter der Registerkarte Start, das Querschnittsymbol, die Höhe anwählen, auf der man die Punktwolke schneiden will. Befehl ist auch variabel und mit der linken Maustaste Bestätigen, die Ebene bestätigen, auf der man schneiden möchte. Möchte man den Schnitt wieder löschen, links anklicken, langer rechter Mausklick, langer rechter Mausklick und löschen. Aus der Top View sehen wir jetzt den geschnittenen Bereich. Hier könnte man auch direkt weiterverfahren mit planarer Volumenkörper oder Polylinie, um den Grundriss abzufahren. Das wollen wir hier nicht. Ich zeige euch jetzt noch den vertikalen Schnitt. Das wäre dann unter Modeling, auch unter der Registerkarte Start. Hier das Schnitt-Ebenen-Symbol. Hier die Ebene anwählen, die man abschneiden will, mit linker Maustaste bestätigen, wie zuvor. Und dann sieht man in die Punktwolke hinein, ins Innere des Gebäudes. Vielen Dank fürs Zusehen, Kommentare, Anregungen, Likes. Bis zum nächsten Mal.